Locker zum 4-4, Pizentes. 4-1, 4-Games-O. Ja, müssen die Chöre kommen, jetzt geht's los. Die Endphase des dritten Durchgangs naht. 5-4, Pizentes. 5-4, Pizentes. 5-6, Pizentes. 5-6, Pizentes. 4-2, Pizentes. 5-4, Pizentes. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe den Begriff gestern schon mal geprägt. Es ist schlechthin der Herbstklassiker im Herren-Tennis. Ich glaube, ich habe den Begriff gestern. 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 Boris Becker lässt nichts anbrennen hier, voll konzentriert. Und Ass Nummer 21, Becker zu Null zum 6 zu 5. 16.000 Zuschauer sorgen für Stimmung hier, das Satzende naht. Jerry Armstrong sagt immer wieder Danke, 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 das reicht. Zeit für die Zuschauer sich mal ein bisschen zu strecken. Schöne, 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 Schöne. 30.000. 30.000. 30.000. 30.000. 30.000. 30.000. Finsicum, 47. Stille Einkehr bei Barbara Becker. Einfach klasse Ballwechsel, besser Ende bei Pete Sampras.